Das ist jetzt im Mood. So, und jetzt muss man einen richtigen Weg suchen. Du hast schon mal einen falschen gefunden, würde ich behaupten. Ne, ich hab einfach ein Skelett gefunden. Ich muss erstmal schnell mein Eisenschwert ausrüsten. Und vergiss nicht nebenbei noch Fackeln zu setzen, sonst haben wir ja sehr viele Probleme mit Monstern. Du, man setzt doch Fackeln. Spinnweben kannst du mit Werber zerstören? Achtung, Creeper! Jetzt nicht mehr. Ich sag's, los. Womit kann ich Spinnweben zerstören? Womit kannst du was? Womit kann ich Spinnweben zerstören? Geht, äh, Schwert. Gerade irgendeine Schaltung zerlegt. Aua! Es hängt in der Spinnwebe. Kill es. Ja, wenn's nicht lecken würde, würde ich das tun. Hier ist eigentlich ein Dispenser. Warum über dir Erfahrung? Ja, weil ich den grad zerlegt hab. Warum bei mir Erfahrungspunkt drumrum zwitschern, weiß ich auch nicht. Eigentlich wär die Lösung jetzt, mich auszulocken, aber dann wirst du auch fliegen. So, ich hab Dispenser wieder aktiviert. Den kannst du nicht aktivieren, dann läufst du einfach drauf und dann passiert irgendwas, aber da nichts drin ist, kann er auch nicht droppen. Ne, ich hab den hier vorhin kaputt gemacht. Deswegen ging's nicht, dachte ich zumindest. Da ist auch wo nichts drin ist, von daher, wo bist du jetzt? Hier. Ach, find doch da. Chill, man. Deswegen bin ich ungericht, wo es lang geht. I'm positive, that is this way. Not quite. Wo ist... Oh, ups. Wo bist du? Stirb, Zombie! Stirb! Wo bist du? Ich hab hier einen Schalter gefunden. Ich geh ihn um. Ich hab irgendwas aufgemacht. Hm. Aber ich weiß nie was. Wenn du nur weißt, in welche Richtung das ungefähr lag, das macht das. Ich glaub gar nicht so weit weg von dir. Wo ist... Hier, weil ich bin mittlerweile sonst wo. Wow, close, okay, schade doch nicht. Cool, ich hab einen richtigen Weg gefunden. Ja, den ich wahrscheinlich das oft gemacht hab. Kann sein. Also ich lauf gerade da lang, wo du lang gelaufen bist. Ja, genau. Hallo. Hallo. Äh... Ungünstig. Du machst es kaputt. Oh, das ist chill und taste. Äh... 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 Da steht oben drüber ein Schild und das Buch brauchst du dir nicht durchlesen. Weil das bloß ist, wenn alles explodiert, äh... Und die Schilder halt... Und die haben das zuletzt einfach nie weggenommen. LOL. Moment. Da sind einfach die ganzen Schilder reingestiegen. Da sind einfach die ganzen Schilder reingestiegen. Ne, Redman Quotes. Achso. LOL. So, hier ist das besagte Feld. Das wird gleich richtig lustig werden. Was kam da raus? Billette. Ich mach euch alle Platz! Ich mach euch alle Platz! Das geht doch. Da kann ich was du hast. Vorhin sind die ganzen Skelette dann selber auf den Dingern rumgelaufen. Und dann haben durch das Fall irgendwas anderes noch kaputt gemacht. Hm. Hey, draußen ist Tag. Weißt du das? Ja, schön. Warum hast du grad Schaden genommen beim runterfallen? Keine Ahnung. Frag mich, was leistet ihr? Da hab ich vorhin schon Schaden genommen beim runterfallen. Hey, was zu essen? Ich hab noch zwei dran gelaufen. Hab ja dann überhaupt nicht genug zu essen. Nein. Ich hab ja nur noch 10 Melonenstücke. Ich muss trocken. Creeper! Bumm. Bist du ein Held. Passiert. Ey, jetzt haben wir Bolle. Ehrlich? So ein Beschiss. Was? Oh, ich soll das mit ein Schwert machen. Hier ist ein Dispenser. Ach, das ist der, wo der Creeper rauskommt. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. I killed my sister. Das Wasser? Okay. Passiert nix. Was? Geh da mal weg! Come on, come on. Not much further now, okay. Weißt du wie es schneller geht? Wir müssen jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen, ne? Hurry, hurry. Ja, almost. Okay. Hast du Bock im Kreis zu laufen? Ja. Ich will dir die Schilder lesen. Dann mach das. Follow me. Be quick, be quick. Or else the doctors will label us sick. Ah, das ist noch ein Rhyme. Thought I would rhyme, did you? Okay, cool. Don't worry, we are not clever enough for that. Zumindest eine Selbstironie. Mind my pets. They won't hurt you. Okay. Du bist Cheater. Go on, I must hurry, must hurry. How f*** can you make it alone? Didn't you know you're all alone? Stimmt gar nicht, hab jemand, der mitspielt. Ahahahahaha. Das stand einfach auf dem Schild. Quite crazy, aren't we? The guards, the doctors, let them come, let them die. We like it, don't we? The blood, the death. Can you still hear her voice calling to you? Du bist doof. No, brother. What are you doing? Ahahaha. Du bist doof. I know they are schonmal geloven. You can't deny that we loved it. Who am I? Who are you? Who is he? We... I rhyme ja doch. Almost through the maze at least. But how is your head? Still together, are we? And your partner, how is he? Ziemlich verrückt. Do you even know where you are right now? Have you really escaped? I feel like I haven't gone anywhere. How long is this place? Hard to believe. And asylum is this big. Are the guards really bad guys? How many have you killed? Quiet the monster, are we not? Hey, my pets, my pets, hear them crawl. Hurry, hurry, sanity awaits you. Hast du irgendwelche vier schon getötet? Hm? No. But the way, who are you talking to? Your partner, is he really there? How about me? Am I really here? If so, then prove it. Ever try to tell someone you're not crazy, it won't work. Are these holes getting smaller? Not claustrophobic, are you? So far have you come, so little to go. Tell me, did your sister scream? How about her baby didn't scream? So tasty. Did you get it yet? Now tell me. Who am I? Get it yet? I am you. You, you, craziest you. Now help me out. Let me escape. I'm coming with you. Push the button and set me free. Let me be. Set me free. A nine. In case of creepers and maze. It's probably the best of the shield. Here Benny, where does another double kill? To protect them? There is a double kill. I'll get it. I have to do it. You have to take it. You have to push out, you have to take it. You have to say it to ID and I said it to ID. I have to bring it to ID and I will not have to take it. I will not have to take it. Have you right? I have to get it. You have to try to take it, but you are not right. Ach nee, I have to take it. Do you trust me? Now hold on, I have to take it. Ich glaube aber wir müssen sie trotzdem durchlesen, ich lesse mal lieber durch, weil rechts bin ich gestorben. One per path, please. Singleplayer entrance. Ja. Do you trust me? Singleplayer entrance auf der rechten Seite. Warte mal. Ich vermute mal du stupst einen beiden. Geht noch weiter. Kann ich eigentlich hauen? Cool. Ich kann dich hauen. Ja, das ist das Überleben. Beyond Flames heißt doch nur den Flammen, oder? Versuchen wir durch das durchzugehen. Ah, Wasser. Ich bin gegrillt. Cooles, cooles Singleplayer entrance ist mal zur falschen Seite eingezeichnet ist, oder absichtlich vielleicht, ist ja übelst mich. Huiiii. Ich hab dir gesagt, das ist nicht das Ende. Boah. Boah. Dreckszombie. Stirb. Oh, Creeper. Stirb du auch. Ist ja LOL das runtergefallen? Hallo Creeper, wo bist du nur hingefallen? Der ist bestimmt tot. Der ist bestimmt tot. Nee, ist er nicht. Boom. Aber jetzt haben wir Platz, jetzt kommen wir hier raus. Sonst sind wir, glaube ich, gar nicht rausgekommen. Also würdest du behaupten, du kommst hier sonst nicht raus, wenn du es nicht so sprengst. Wo wir sind? Am Anfang? Nee. Doch nie. Aber so ähnlich. Hier ist nochmal Flinten-Stil. Iiii. 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 Vielleicht nach links. Nee, in die Mitte geht auch. Scheißegal, wo du entspringst. Also mir tat's nie weh. Wo sind wir? Irgendwo unten. Paradise, you are not real. Ich seh ja nicht. Du musst mir ungefähr sagen, wo lang. Ach ja. Cool. Ich seh das MC Patcher. Achso. Da ist ein Enderman. Ja, dann guck einfach nicht hin. Schön, dass du direkt vor mir stehst, wo ich auf sie schießen will. Ich wolle auf sie schießen. Jetzt sind sie in der Wand gepackt. LOL. Nee, sie sind wahrscheinlich über uns teleportiert. Nee, direkt neben mir. LOL. Voll in die Wand. Na, das ist wahrscheinlich ein Lerr. Die haben Aggro auf mich. LOL. Dann gehen wir halt einfach weiter. Hier ist ein Haus. Und ein Glaskäfig. Kommen sie aber gleich wieder raus. Habe ich. Ja. Komm her. Wo ist er? Da hinten. Die teleportieren sich ja weg. Egal. For Honeydew. Hier gibt's TNT. Jede Menge. Dafür braucht man übrigens diese komische. Hier ist noch ein Schalter daneben. Oh. Dann machen. Habe ich nicht gesehen. Machen. Was wollen wir jetzt hochjagen eigentlich? Wo ist denn da ein Schalter? Gab's denn ein Buch? Na, da drin ist ein Schalter. Oh, hier ist eine Diamantaxt. Und eine Diamant. Was ist hier? Und ein Wolf? Oh. Was ist hier? Eine Wolf? Oh. Ich will erstmal ein Wolf. Oh, die rufst du bist durch mein Schwert weg. Halt die Krass, ey. Hey, Schaf, bleib hier. Äh, Wolf, bleib hier. Auf dem... Auf dem... Auf dem Mob? Cool, eine Spinne. Die sieht bei mir auch weiß aus. Ich hab nen Wolf. Ja, dann greif irgendwelche Viecher an. Und wenn du sie nämlich angreifst, dann greifen die auch die Gegner an. Aua. Ich würde sagen, wir müssen uns aber hier an der Seite durch... ...brängen, oder? Hm, ich würde eher sagen, dass an dem Hügel. An dem Hügel? Okay, ich versuche einen Hügel. Ich habe 64 TNT, das würde noch weiter reichen. Das jagen wir den ganzen. Kannst du mal oben reingucken, ob da irgendwas unten drunter ist? Weil ich sehe ja nun mal nix. Was? Oben reingucken? Wo oben reingucken? Ja, hier. Komm mal hoch. Den Hügel. Wie sind du? Ja. Ich bin ja an einem anderen Hügel. Welch einen anderen Hügel? An einem anderen Hügel halt. Frag mich doch was leichteres. Mach mal oben Lichter. Mach mal oben Lichter drauf. Der Hügel fliegt ja in die Luft, von daher ist mir egal. Ach, gut hinten. Okay, hier war nix. Vielleicht war's das? Wir sind jetzt endlich im... Mal higher angelangt, weil dort hinten ist ne riesen Treppe, die nach unten geht und hier ist bloß... Wo geht ne Treppe nach unten? Da wo wir grad runtergekommen sind, runtergefallen. Guck doch mal. Ach so. Komm, wir versuchen das. Ich bin jetzt im Paradies, was weiß ich. Ich will nicht ins Paradies, ich will hier raus. Also hier ist bloß Wasser. Wow, scheiß Zombie. Boah, Honeydew. Hier ist noch ne Kiste, aber mit nem Schaperöl. Ja, da hab ich mir ja grad meinen Wolf geholt. Ach so. Sicher ne. Kann's übrigens auch mit dem Flint die Dinger mal explodieren lassen. Hab ich ja auch gemacht. Ach so. Credits. Ach so, das ist schon zu Ende. Ich guck jetzt, ob ich hin irgendwo rauskomm. Ich mach jetzt ja alles noch kaputt. Insanity. Hope you say enjoy... Hope you enjoyed your stay. Credits. Level design. And original concept. By Six and Buttons. Story Buttons. Toll. Wahnsinn. Wus wir jagen hier alles in der Luft. Au! Drecksspinner! Meine Güte. Komm die von der Seite und greift mich an. Fledermäuse gibt's auch mal oderdings? Was tut denn hier von der Anschlag vor? Ich will das alles mal in die Luft jagen. Oh. Ich hab den Creeper. Ja, seh ich auch grad. Ja, dann geht's halt schneller. Wasser! Marsch! Aber raus kommen wir ja trotzdem nie. Doch, komm hier. Hau mal, ich hab ne andere Idee. Kommen wir, kommen wir, kommen wir. Das ist das für eine Wasserwand. Glas fliegt uns aber in die Luft. Die wirst du jetzt da runter kommen? Sprich, habt doch genug zu essen. Genau. Wow. Oh, da fliegt das eigentlich jetzt in die Gegend, oder? Ja. Ja, fuck. Aber Glas ist in die Luft geflogen, wir können wir hoch. Oh, hier kommt man auch unten drunter durch. Das wird zwar einfach. Was ist das denn, eine Wasserwand? Was ist das denn, eine Wasserwand? Was ist das denn, eine Wasserwand? Hier ist kein Wasser mehr. Ach doch, Wasserwand. Ja. Woll. Ich hoff trotzdem durch. Ha! So komm ich wieder hoch. Oh, so komm ich nicht wieder hoch. Woll, Fledermäuser. Ich komm hoch, ich komm hoch, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Irgendwann. Aua. Ja, die greift nicht an. Doch, los. Wir sind nicht am Ende, wir kommen hier raus. Headshot. Ein Headshot? Zack. Ich bin jetzt grad voll durchs Wasser gepascht. Gepascht? Pasch, ey, ich hab Pasch gewürfelt. Ja, der Hund gehört mir, komm mit. Ach, meinen Hund hab ich vergessen, stimmt. Woah, lass mich in die Mitte. Hast du wahrscheinlich, äh, Sitz gemacht. Ja, genau. Hab ich ja auch damit einen Dynamitrand. Alter, ist das mein Hund, der so knurrt? Ja. Keine Ahnung, bei mir knurrt man im Magen. Irgendwie nach Heizung. Huh! Lol. Mit der Dummerung. Bist du jetzt in der ganze Raum geschwommen, oder was? Ja. Los, greif sie an. Dass die Spinne angreifen, Mann, nicht. Ich seh eh wieder hin, ist okay. Aua. Sag doch mal ein bisschen was gesprengt. Du kommst hier nicht mehr hin, du kommst hier nicht mehr hin, du kommst hier nicht mehr hin. Boah, hier sind ja nur ein Haufen Monster. Wo bist denn du? Ich krieg die Tür nicht zu, ich bin irgendwo außerhalb jetzt. Boah. Bist du ein Held? Wo ist denn jetzt im Glück grad Tag, jetzt verbrennen die alle. Außer die Creepern natürlich. Wo ist mein Hund? Huh. Ich bin hier irgendwo angekommen, wo man... Ah ok, ich bin zu der anderen Seite von diesem komischen Gang, wo wir runter gesprungen sind. Top. Also das ist wirklich zu Ende des Spiels. Sag ich mal ein anderes Adventure? Nö, ich würd's dann erst mal sein lassen für heute, essen und so. Moment, was steht da oben noch? Ja, Xels ButtonX. Ja, ich würd dann erst mal mich so verabschieden. Willst du dich auch noch verabschieden oder lass einfach bleiben? Ja, tschüssi Leute, hat Spaß gemacht mit euch oder auch ohne euch.